Also ich heiße Tom, ich arbeite immer in der Karnevalszeit in dem Sonderpostenmarkt, wo wir natürlich verstärkt in diesen acht Wochen Karnevalssachen verkaufen. Wir sind die Firma Bodo Alpes in Duisburg-Ruhrort. Insgesamt, das kann man gar nicht so überschlagen. Also wenn wir alle Kostüme, die wir haben, jetzt von den Größen und von den dazugehörten Sachen rechnen, sind wir bei ca. 12.000 bis 15.000 Kostüme. Am besten dieses Jahr natürlich, weil es immer sehr kalt ist, momentan natürlich sehr viel Plüsch. Diese Ganzkörper-Fellanzüge für Frauen natürlich wie jedes Jahr, egal ob kalt oder nicht kalt, immer Rotkäppchen. Das ist ja auch ein neues und natürlich auch sehr schön diese ganzen Katzenkostüme, also Sexy Cat und so diese Richtung. Typisch Ruhrgebiet ist eigentlich, ja ich sag mal so, diese Hippie-Sachen, Cowboy und Indianer natürlich, ist klar. Them Alpes